Ein heller Stern in tiefer Nacht führte die drei Weisen zum Ziehen, zum Kind in der Krippe, das uns Menschen die Botschaft von Frieden bringen will. Wir sind oft auf dem Weg, doch ohne zu wissen, wohin er uns bringt, wie weit wir ihn gehen. Was uns Menschen oft fehlt, ist ein wenig Vertrauen, auch uns führt ein Stern, wir müssen nur sehen. Ein Stern in der Nacht führte die Menschen ans Licht, weil durch seinen Glanz ein Kind zu uns spricht. Der Stern in der Nacht sagt uns, macht euch bereit und folgt meinem Weg, ich geb euch Geleit. Der Stern in der Nacht sagt uns, macht euch bereit und folgt meinem Weg, ich geb euch Geleit. Was damals geschah, vor 2000 Jahren, gilt heute noch mehr, als jemals zuvor. Der Stern in der Nacht, er kehrt immer wieder, wie oft man ihn auch aus den Augen verlor. Ein Stern in der Nacht führt die Menschen ans Licht, weil durch seinen Glanz ein Kind zu uns spricht. Der Stern in der Nacht sagt uns, macht euch bereit und folgt meinem Weg, ich geb euch Geleit. Ein Stern in der Nacht. Ein Stern in der Nacht führt die Menschen ans Licht, weil durch seinen Glanz ein Kind zu uns spricht. Der Stern in der Nacht. Der Stern in der Nacht sagt uns, macht euch bereit und folgt meinem Weg, ich geb euch Geleit. Ein Stern in der Nacht führt die Menschen ans Licht, weil durch seinen Glanz ein Kind zu uns spricht. Und dann ciao! Untertitelung des ZDF, 2020